Ich hab voll den Trick jetzt hier, guck mal. Das ist der Maddie-Modus. Und nur so ist es richtig. Ja, du kannst es schieben, das ist doch gut. Dann geht das alles viel schneller hier. Trotzdem ein bisschen dreist, dass ich es überhaupt machen muss, ist aber egal. Wir sind ja flexibel. Okay, dann schieben wir das alles auch mal wieder zurück. Guck mal, das ist einfach so eine Lange hier. Yes. Und dann ist das alles gar nicht mehr so anstrengend. Und mit so viel Holz kannst du einfach auch schon mal was werden, finde ich. Yep. Ach, guck mal. Ist schon fast voll hier. Hohoho. So schnell geht das. Okay, dann machen wir mal hier Holzscheite. Deswegen bin ich hier. Mit diesen Holzscheiten können wir dann ganz fix... ganz, ganz fix Leichen verbrennen. Ist natürlich auch ein gutes Thema für die, äh... für die Messe heute. Messe heißt ja auch nur... Was heißt das nur auf Deutsch? Ernte, oder? Ja, ich meine ja. Tja. Heute wird geerntet. Warte mal. Hier haben wir wieder eine Leiche liegen und da habe ich hier... Ist das hier meine Leiche? Hm. Dann hier eins hin, da eins hin. Zwei Stück. Haben wir schon mal Plus, das ist gut. Dann haben wir schon mal Plus. Gönn dir. Nee. Ist ein bisschen viel mit dem Holz, was man da braucht, aber... Wenn man so eine beschissene Leiche kriegt, dann kann man einfach auch nicht anders. So. Wir müssen über kurz oder lang mal gucken, dass wir unsere Kirche ein bisschen schöner finden... Aber... Das machen wir heute noch nicht. Wir machen heute eine ganz, ganz standardmäßige... Ultramesse. Obwohl, eigentlich können wir gucken, dass wir vielleicht, bevor es losgeht, eine Bank mehr haben. Nee. Wir starten einfach so. Obwohl, das gibt mehr Punkte, ne? Ach, wir machen das einfach bis nächste Woche ist das fertig. Kommen ja sowieso nicht so viele. Ich würde gerne ein paar Worte sagen. Unsere Kirche ist klasse. Jawohl. Und alle so... Naja. Ich war letzte Woche schon hier. War auch so scheiße wie jetzt. Naja. Ist es eher zu semi. Aber Kamehameha können wir. Das gibt mal Segen hier. Bäh. Ach. Eure Spenden sind immer willkommen. Alle sagen Bäh. Und niemand gibt... Aber trotzdem. Alle sagen Bäh, aber dann tolle Predigt. Das verstehe ich nicht. Ich finde, da könnte man aber auch mal ein bisschen mehr Geld reinlegen, ne? Einen Glaubenspunkt haben wir gekriegt. Das ist ein Hungerlohn. Reicht aber, dass wir das Gehirn analysieren können. Haben wir denn genug Forschungspunkte? Ja. Wir nehmen mal das Hirn. Ach, guck mal an. Da brauchen wir drei Stück für. Ja, das ist ja auch nett. Ach, na gut. Dann müssen wir das Gehirn einfach in unserer Kiste vergammeln lassen. Einfach vor der Kiste. Dann wundert sich auch niemand, was hier so los ist. Fehlgeschlagen. Ach. Ach, 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 ach. Wir können ja auch ein paar Maden reinlegen. Die haben dann zumindest was zu essen. Ja, endlich arbeitet der Esel. Der Esel arbeitet sich den Arsch ab. Na dann. Schauen wir uns mal an, was wir hier gekriegt haben. Eine Leiche. Sie ist... You better be good. Die ist top. Die reiße ich sofort in... Die nehme ich einfach mit. Bums. Da machen wir direkt ein Grab fertig. Ja! Direkt ein Grab fertig. Hier unten die Reihe. Da haben wir ja noch was frei. So. Wir starten. Zumachen. Grab. Haben wir einen Grabstein dafür? Nö, haben wir noch nicht. Kommt noch. Kommt noch. Wir haben noch irgendwann Klingeln am Grabstein. Machen wir ja erstmal die Minus 2 mit. Aber diese Leiche ist so gut. Die wollen wir schon mal behalten. Ich weiß, damit werten wir gerade unseren Friedhof nur ab. Aber... Leute, das ist so viel, was man hier machen muss. Und so viel gleichzeitig. Was ist das hier eigentlich für ein Baum? Ach, das ist wieder so einer. Na gut. Ja, hier das um den Baum rumzuschieben ist nicht einfach. Aber nur echte Rallys kriegen das auch hin. Nur echte Rallys schmeißen auch den Baumstumpf daneben. So. Okay. In Ordnung. Wir müssen uns jetzt mal angucken, wie wir unsere Kirche schöner machen. Obwohl, kann ich beim Steinschneider eigentlich schöne Sachen hier bauen? Grabstein und steinende Grabumwandung. Arbeiten. Aber willst du nicht, ne? Ist okay. Das heißt, wir gehen mal lieber ins Bett, bevor du jetzt hier vom Fleisch fällst. Ach. Oh, 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 oh. Ich fühle mich so erfrischt. Es ist, als hätte ich geschlafen. So, wo... Wo willst du denn da stehen? Hier, okay. Er braucht ganz schön viel Energie, ne? Da bist du schon ein bisschen gierig, finde ich. Das ist ziemlich gierig, was er hier haben will. Tja. Ich weiß nicht, ob ich das in der Form so akzeptieren kann. Aber zumindest können wir unseren Friedhof hier ein wenig damit verschönern. Dann machen wir mal einen Grabzaun hier hin. Ja, der ist gut. Der hier ist auch gut. Punkte. Bam. Sieben Punkte Qualität. Das ist schon ein schöner Friedhof, kann man sagen. Ich glaube, hier, Guido Maria Kretschmer würde diesem Friedhof auch irgendwie vier Punkte geben. Ich würde sagen, ach, guck mal die Maus. Aber die hat sich ja Mühe gegeben, ne? Also, deswegen. Alle Hühneraugen zudrücken, vier Punkte. Das hat er gesagt. Genauso. Kennt mich da aus. Äh, yes. Was wollte ich denn noch machen? Ich wollte die Kirche verschönern. Und da muss ich erstmal gucken, was die Kirche überhaupt will. Was ist hier? Kann ich hier eigentlich noch Mehl machen? Ja. Dann machen wir das doch. Ah, ich glaube, wir müssen mal zwischendurch eine Runde schlafen. Eine kleine Runde wird geschlafen. Und damit können wir dann locker in den nächsten Tag starten. Aufwachen. Speichern. Ich bin nicht müde. Das ist eine Lüge. Man kann immer schlafen, wenn man will. Es ist nur eine Frage des Willens. Und dann nehme ich jetzt erstmal einen Eimer Wasser raus. Und nehme mal direkt noch einen. Und noch einen dritten. Noch einen. Alles, was ich mitnehmen kann, nehme ich mit. Die stacken ja sogar, deswegen. Alles easy. Hätten wir einen Wasserhahn, wäre das jetzt ein bisschen einfacher. Aber haben wir ja nicht. Das gibt es hier noch nicht. Deswegen müssen wir das alles so machen. Okay. rein und los geht's. 32 mal Teig. Das ist viel. Damit können wir schon mal eine Menge Brot machen. Und das kommt alles in den Ofen. Alles. So wie es hier liegt. Ich hätte gerne eigentlich mal so eine Funktion. Alles rein. Das wäre cool. Obwohl, warte mal. Ich habe nicht genug. Ich habe nicht genug Brennstoff. Huch. Das ist aber jetzt peinlich. Na gut. Aber ist jetzt auch nicht so schlimm. Wir haben ja noch Kohle hier drin. Da. Guck mal. Ganz viel. Schauen wir mal, was die Kirche will. Das ist jetzt erstmal das, was ich machen muss. Ein wenig die Kirche verschönern. Dann kriege ich auch mehr Punkte. Und dann lieben mich die Leute. Und dann kann ich mehr. Dann geht einfach mehr. Ist unsere große neue Aufgabe hier. Das sieht ja einfach auch noch kacke aus. Da brauchen wir auch nicht drüber diskutieren. Was haben wir denn? Bretter und Nägel. Und zwar ohne Ende. Und diese Latten brauchen wir auch. Mit Wandleuchtern und einem Zip und Zap. Das können wir natürlich noch nicht machen. Weil wir ja auch keine Kerzen machen können. Wir haben ja keinen Wachs oder so. Wollen wir dafür Bienen bestimmt? Wir müssen dann auch mal die Imkerei finden. Leute, das ist immer... Du kriegst eine neue Aufgabe. Und dann kannst du dann erstmal gucken. Dann brauchst du das und das für. Und du hast ja auch Bock, das zu machen. Weil es irgendwie motivierend ist. Aber wir... Guckt euch mal unseren Friedhof hier an. Das ist doch... Diesmal habe ich Friedhof gesagt. Im Sinne von... Irgendein Ort, wo man eigentlich nicht sein möchte. Lustigerweise... Ist dieser Friedhof wirklich ein Friedhof. Aber da kann ich ja jetzt nichts für. Läuft das Ding nicht? Das Ding muss immer laufen. Okay. Ich frage mich aber, ob man da durchlaufen kann, wenn man was anpflanzt. Das wäre vielleicht noch eine Info, die wichtig für mich wäre. Aber das kriege ich noch raus. Das kriege ich noch raus. Okay. Jetzt wird erstmal gedüngt. Morastiert. Sagt der Italiener dazu. Ach, scheiße. Jetzt habe ich natürlich wieder alles falsch gemacht. Oh. Ärgerlich. Aber es... Es geht schon los. Hm. Wir haben ja auch noch ein bisschen Todeskapital. Wir müssen auch noch angeln. Und wir müssen also auch viele Sachen machen. Man ist ja nur im Stress hier. Das kann man ja schon mal sagen. Nur im Stress. Die ganze Zeit Sachen vor. Aber man muss sich eine Sache suchen, die man macht und dann hat man es. Holzplanken zum Beispiel. Die machen wir jetzt. Und zwar... Frag nicht nach Blütenstaub. Und damit bauen wir dann eine schöne Kirche auf. Man kann diese ganzen Bänke bestimmt später nochmal besser machen. Gepolstert und mit Minibar und allem Zip und Zapp. Aber erstmal bauen wir die so, wie sie dann sein müssen. Erstmal so ein bisschen basal. Damit die Leute überhaupt sitzen können. Denn je mehr Sitzplätze, desto mehr Buh-Rufe. Und das müssen wir dann irgendwie auch aushalten können. Gebe Brot, Leute. Gebt Brot. Brot ist wichtig. Zu Ehren des Tod ein weiteres Brot. Nägel. Zwölf Stück. Ach. Es ist schon wieder so. Ich habe schon wieder zu wenig Energie. Dann schlafen wir jetzt eine Runde. Aber danach geht es ab hier. Danach geht es hier zur Sache. Was haben wir denn noch? Was können wir denn hier noch machen? Ich will Schriftsteller werden. Das ist doch bestimmt voll gut. Können wir die verkaufen? Ich würde die gerne verkaufen. Bücher lerne ich jetzt. So. Und erstmal ins Bett. Ah. Davon kann ich nur nichts machen. Ich kann ja noch nicht mal... Ich habe ja noch nicht mal Alchemie. Ich kann ja noch nicht mal Tinte herstellen. Ich kann gar nichts. Aber wenn ich das kann, ich werde meinen Markt mit billiger Schundliteratur überfluten. Und dann kriegt ihr alle den Mad-Store ins Gesicht gerückt. Und jeder sagt, was macht der auf der Bestsellerliste? Und dann sage ich, ich bin der einzige von euch Arschbacken, der überhaupt schreiben kann. Und dann ist das alles geklärt, warum ich da überall bin. Okay, jetzt ist natürlich ein problematischer Fall eingetreten. Jetzt haben wir kein Eisen mehr. Deswegen müssen wir irgendwann oben links zu unserer Superhütte. Die heißt ab jetzt auch so. Und da richtig abgreifen. Dafür haben wir aber auch die perfekten Vorbereitungen getroffen. Denn wir haben sehr viel mit. Also sehr viel Brot haben wir. Okay. Ja! Das ist jetzt der Moment, über den ich mich wirklich gefreut habe. Auf den ich auch hingearbeitet habe. Ach, das ist doch so blöd gemacht hier. Nein, dann nochmal hier drücken. Dann tritt das System so ein bisschen an seine Grenzen, finde ich. Und jetzt können wir hier pflanzen. Eins. Aber wir müssen das machen. Das gibt einfach auch mehr Ausbeute. Okay. Schau mal, wie viele Karotten wir hier haben. Das ist doch cool. Die werden wir alle zum Wucherpreis und verschärbeln. Und wir werden einfach die Barone dieser Welt werden. Ja. Das werden wir. Ungelogen, mache ich. Jetzt haben wir wieder Maden mit. Ich kann nicht denn mal den Torf auch kriegen ohne Maden. Ich meine... Nee. Will ich nicht. Okay, Leute. Beim nächsten Mal gehen wir dann direkt in die Kirche arbeiten. Aber jetzt mache ich erstmal Schluss. Bis morgen. Tschüss, tschüss.